Also die nerven schon so ein bisschen, muss ich ja mal zugeben. Ich habe das Gefühl, ich sollte eher mit Hydralisten angreifen, weil das funktioniert glaube ich besser. Ach herrje Leute, geht mir doch nicht so auf den Keks. Das ist echt nicht schön. Ich möchte in Ruhe eine Basis bauen und ihr kommt mir immer dazwischen. Nö, du darfst keine Basis bauen. Nicht hier. Ja, vielen Dank auch, vielen Dank auch. Aber wir haben Ultralisten und ich werde sie einsetzen. Das nächste was wir bauen werden, haben wir? Nein, haben wir nicht. Das wird noch erforscht. Wir haben jetzt auch den Zugriff auf einigermaßen 4 USP in Krasse, deswegen mache ich auch die anderen Upgrades mal. Die für die Fernkampfeinheiten. Ich denke, es ist gar keine so schlechte Idee. Die beiden Drohnen behalten wir uns mal für egalige Notfälle. Okay, wir haben noch zwei Zerkeln gefunden, unseren 24. Aber wir haben Ultralisten und davon werde ich jetzt noch mehr bauen. Und da sie wahrscheinlich auch Lufteinheiten haben werden, müssen die restlichen Einheiten alle Hydralisten sein. Denn sonst fehlt uns eine gute Verteidigung gegen Luftabwehr, äh Luftabwehr, gegen Lufteinheiten, wenn schon... Genau, Luftabwehr fehlt uns. Das ist das Problem dann. So, sehr schön. Jetzt würde ich mal sagen, sind die ausgerüstet, brauchen noch ein paar Einheiten zum Angreifen eben. Schicken noch einen Overlord mit. Der ein bisschen Auskundschaften kann dann. Und ich denke, dann sind wir erst mal bereit für einen Großangriff. Außer die kommen wir jetzt dazwischen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß damit. So, die Herren, ich glaube, das war nichts aus eurer Sicht, oder? Nein. Das war mal überhaupt nichts. Bauen wir noch ein paar Hydralisten für den Fall der Fälle, dass ich es schaffe, viele Einheiten gegen Lufteinheiten zu verlieren. Das wird dann nämlich nicht mehr eintreten. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich dachte, der Skantid wäre ein Gegner. Eben schnell nachher guckt, wie das Viech heißt. Weil ich es nicht weiß. Aber wir kriegen Mineralien, wir kriegen Vespiengas, wir sind erst mal versorgt. Können auch hier erst mal nichts machen. Haben jetzt natürlich nur Level 1 bei den Kernkampf-Upgrades, aber das ist wohl verkraftbar. Für den Anfang. So, Ultralisten. Halt ich hier noch irgendwo noch mehr? Sind die verschüttet gegangen? Hier sind auch welche. So, dann seid ihr jetzt Gruppe Nummer 5. Hier seid Gruppe Nummer 6. Das sind wahrscheinlich, ja... Alle plus die zwei, die hier versteckt sind. Zwischen den Zergling. Sieben. Sieben. Ach komm, sieben sammelt sich mal hier unten. So. Und ihr seid einfach 8. Ich würde behaupten, wir sind relativ gut ausgerüstet. Weichern. Das ist eigentlich das vierte Level. Ich habe sie unter 3 gespeichert, weil es der dritte Spielstand ist, den ich jetzt anlebe. Wie viel Zerg-Kampagne. Wollen wir mal schauen? Na, wir gehen mal gucken. Einmal gucken gehen. So Zerglinge. Einmal hier durchrennen, gucken was Sache ist. Wenn die Herren sich... ...gelöst haben. Das ist ja süß. Weiter laufen bitte. Ey, ihr sollt angreifen, ist euch bewusst. Ihr sollt nicht wieder hingehen, ihr sollt angreifen. Das ist nicht angreifend gewesen, was ich gerade zuerst gesehen habe. Ich wollte Overlords mitschicken. Wir schicken mal vier Overlords mit. Warum währenddessen noch ein paar neue? Weil wir uns das gerade erlauben können. Und dann schicken wir mal die Herren hier durch. Ich sage das Wort irgendwie gerade ziemlich häufig. Overlords. Kommt, Overlords, kommt. Ihr habt viel zu tun. Schön die Ressourcen nutzen, die wir haben. Wir haben sie also raushauen. Oh, die Wächter, die müssen weg. Die müssen dringend weg. Haut die Wächter um, weil die mag ich nicht, die sind böse. Das sieht im Moment nach einer ziemlich fixen Mission aus, wenn ich mal ehrlich so sein darf. Fragt sich nur, wie schnell ist sie wirklich? Im Moment stehe ich mal jetzt hackt und ein bisschen doof rum. Das gefällt mir nicht so wirklich. Wir gehen einfach mal hier in die Richtung und hauen da alles um, was wir finden. Produzieren weiter. Wo sind die Overlords? Da. In dem Fall der Fälle ziehen wir mal die Overlords hinterher. Falls die Terraner auf die Idee kommen, ihre Basen wieder aufzubauen oder unsichtbare Einheiten mitzuschicken. Ich denke nicht, dass eins von beiden eintreten wird. Im Moment sind die doch ziemlich human unterwegs. Hier, mach das mal auch noch kaputt, okay? Das fände ich ganz toll. Gut, wenn ihr hiermit fertig seid, geht ihr mal hier unten hin. Haut das mal weg. Und dann könnten wir uns eigentlich auch schon weit daran machen, mal komplett nach vorne zu ziehen. Overlords kommen natürlich wieder mit. Ihr seid jetzt einfach jetzt Gruppe 0. So, Overlords sind Gruppe 0. Diese paar Zerkeinheiten zusammen mit den Terranern. Das ist merkwürdig. Die haben irgendwie überhaupt keine Verteidigung. Was macht die die ganze Zeit? Na, so bohren. Oder kommt die Verteidigung erst, auch wenn ich hinten angekommen bin? Das kann natürlich auch sein. Ich unterschätze das jetzt gerade. Und denke dann hinterher, whoops, das war zu viel. Oh, im Moment ist das absolut kein Problem. Die schicken nur nicht mal Verstärkung. Ohne Verstärkung ist das lächerlich einfach. Hier, wir füllen unsere Gruppe auf. So, Gruppe Nummer 5. 12 Hüterlisten sollte ausreichen, oder? Ja, 12 Hüterlisten reicht aus. Wir haben einen Hüterlisten nur verloren. Und wahrscheinlich jede Menge Zerkel, ne? Ja, so ziemlich alle. Die Duma mit in die Gruppe, Gruppe Nummer 6. Dann haben wir jetzt eine Gruppe voll mit Hüterlisten. Eine voll mit Ultralisten. Was ist das denn? Mach mal weg. Ein paar Zerglinge haben wir. Leider zu wenig für meinen Geschmack. So. Mach mal her. Geht mal da rüber. Da sind ja immer noch Ultralisten. Meine Güte, wie viele habe ich davon gebaut? Eindeutig zu viele. Das ist krass. So ein bisschen. Aber gut, jetzt haben wir auch wieder Zerglinge. So, Gruppe Nummer 7. Ihr seid jetzt auch jetzt meine Zerglinge. Wir haben auch irgendwo noch eine Gruppe Nummer 8. Die ist jetzt auch belegt. Ich glaube, mit euch 8. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt haben wir wieder ein paar Einheiten. Ein paar Einheiten ist gut. Ein paar sehr viele Einheiten. Ihr habt ja noch ein Gebäude gesehen. Hier, mach das mal kaputt. Währenddessen können die Einheiten schon mal hier rüber. Und warten darauf, dass hier irgendwas passiert. Eine arme Landefrachter. Der wird jetzt gleich abgefangen von den Hydralisten. Eine gute Idee. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm gesagt. So, Ultralisten. Ihr seid diejenigen, die jetzt vorrennen werden. Einfach mal so. Ich schick sie einfach mal quer hier rein. Also ganz quer da rein. Warte, bis sie ihm vorgelaufen sind. Dann schick ich die Zerglinge hinterher. Und dann den Rest. So, jetzt können sie los. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Was passieren wird. Wie viele Einheiten ich verlieren werde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie mit unsichtbaren Einheiten hier. Deswegen hab ich die Overlords mitgenommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass sie jetzt hier Terrors rumstehen haben. Das gefällt mir also gar nicht. Ach ja, jetzt ist es lustig. Hier, hier, könnt ihr euch mal bitte um den da. Jetzt um den da. Wow, wir verlieren gerade alle Einheiten, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall verlieren wir relativ viele. Ist aber nicht dramatisch. Noch nicht. Ich könnte ja schon mal wieder hier anfangen, neue zu bauen. Wir verlieren zwar zu viele Einheiten, aber das würde ich in Ordnung. Nicht akzeptabel. Hier, du da. Auf dich möchte ich mal kurz weghaben. Du bist mir gerade so ein Dorn im Auge. Na doch, es funktioniert einigermaßen. Ich glaub, die Terranen haben wir gerade vollständig ausgelöscht. Was ist das Wächter da noch immer rumgeiern müssen? Die stören mich eigentlich so am meisten gerade. Finde ich mal das Gebäude wegmachen. Das stört. Hier, komm. Macht sie weg. So, jetzt noch das hier. Prima. Sehr schön. Oh, nicht die Hydralisten angreifen. Das finde ich böse. Oh, ein Ultralist. So, jetzt den noch wegmachen. Und dann bin ich glücklich. Das funktioniert doch. Haben zwar alle unsere Ultralisten verloren, bis auf zwei. Berechtigterweise. Denn ganz so clever war der Angriff vielleicht nicht, einfach die Einheiten da reinzuschicken. Und bald haben wir auch kein Speakers mehr. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Könnt ihr den nicht mal angreifen? Schluss damit. Keine Einheiten mehr produzieren. Aufhören. Es funktioniert. Irgendwie funktioniert es. Wir haben zwar kaum noch Einheiten, aber wir haben es geschafft. Im Großen und Ganzen. Und das stimmt mich gerade glücklich. Wir haben gerade eine komplette Basis ausgerottet. Gut, wir haben die komplette Armee dabei verloren, aber das ist ja unwichtig. Wir müssen uns eben wieder neu aufbauen, dann klappt das. Zwei dürfen sogar hier bleiben. Die bleiben dann die Verstärkung. Diese ist Gruppe Nummer 5. Die neue. Sammelt euch mal hier hinten. Wir dürfen währenddessen alles umhauen, was ihr trefft. Falls ihr auf irgendwelche Dinge trefft. Ich hoffe nicht. Gruppe Nummer 7. Wir fliegen zwei Overlords gerade zu meiner zweiten Basis. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich befürchte, das soll mir nicht gefallen. Nummer 8. Und wir haben fast keine Hydralisten mehr. Und davon brauchen wir relativ viele, wie ich gesehen habe. Natürlich. Kommt her und ich mache euch platt. Wirklich. Was machen die ganzen Overlords denn da? Sind ein bisschen planlos, glaube ich, oder? Ich habe die Schleicher da gesehen. Ich weiß noch nicht, wo sie jetzt sind. Ich möchte auch nicht erkunden gehen. Ich meine, sollen sie doch unheil anrichten. Oder es zumindest versuchen. Da habe ich kein Problem mit. Wir nehmen unsere Gruppe Nummer 6, füllen die Nummer 6 wieder neu auf und schicken den Rest dann mal hier hin, der dazugekommen ist. Sind auch vollständig abgegradet jetzt. Bis auf die Lufteinheiten, die wir sowieso jetzt nicht nutzen. Ich habe keine Ahnung, wo die Schleicher abgeblieben sind. Aber ich vermute mal, dass wir die nach dieser Mission auch bauen können. Und wir kommen ziemlich gut voran. Das erstaunt mich doch. Ich habe eigentlich erwartet, das dauert ein bisschen länger. Können wir mal die ganzen Sachen umwandeln, auch wenn wir es nicht mehr wirklich brauchen. Ich könnte ja mal ein paar Einheiten hier hinschicken und Ressourcen abbauen. Und ich glaube, währenddessen werden wir von Schleichern eingriffen. Deswegen schicke ich schon mal einen Overlord hier rüber. Da sind sie. Das ist ein ganz schlechter Ort, dich da einzugraben. Nur mal so. Okay. Oh, die Hügelisten kloppen sich mit ein paar Overlords. Ach, lasst die Overlords Overlords sein. Das hat keinen Sinn. Okay, wir können die ja speichern. Zack. Und würde mal sagen, wir rennen los. Hügelisten immer ein bisschen hinterher, weil die brauche ich noch. Ja, jetzt kommen sie mit so einer hässlichen Kombination an. Das ist natürlich gut gedacht. Zerklinge, hier hin. Oh, ne. Das finde ich nicht cool. Das ist meine Overlord-Zeile. Die hätte ich doch gerne zerstört. Oh, die Basis ist groß. Die Basis ist ziemlich groß. Weil scheinen alle Zerkwüstenteils vernichtet zu haben. Okay. Wir bauen mal eben schnell ein paar neue Zerklinge, weil ich glaube, die könnten nützlich werden. Holen wir kurz noch die zwei Ultralisten dazu. Ich denke, das könnten wir gebrauchen. Ihr könntet ihr beide euch vielleicht um den da kümmern. Das wäre mir ein großes Vergnügen. Jawoll. So habe ich das doch gerne. Ne, nicht meine Hydralisten. Lasst mich die Hydralisten. Ne, die brauche ich noch. Dann, ich glaube, ich habe meine, ja, Zerklinge ist alle futsch. Deswegen, Gruppe Nummer 6. Dann rennt man hier hin. 7. Und, gibt es die 8 noch? Nö. Irgendwo laufen jetzt zwei Hydralisten rum. Das kann mir ehrlich gesagt ziemlich egal sein. Ich glaube, der Angriff war erfolgreich. Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwo nach unten sichtbare Einheiten sind. 8 gibt es nicht. Dann seid ihr jetzt noch Gruppe Nummer 8. Viel Spaß. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ganz spontan. Sicher bin ich nicht. Kommen noch die ganzen Zerklinge an? Ich höre immer Panzer. Ich weiß nicht wo. Oder ob es sind das Gebäude, die explodieren. Egal, wir gehen aber mal kursieren mit den Zerklingen. Hoffen, dass wir sie nicht sofort verlieren und wegen irgendwelche Panzer. Sieht aber gut aus. Ui, wir haben noch viele. Ich dachte, ich hätte die alle verloren. Scheinbar nicht. Und da kommen noch mehr. Okay, hier hinten scheint noch was zu sein. Aber wollen wir doch mal glatt hin. Ist hier noch was? Ich glaube, ich habe den schwierigsten Weg gewählt und er war ziemlich einfach zu bestreiten dank der ganzen Ultralisken. Sieht zumindest jetzt nicht so aus, als wäre es irgendwie noch ein großes Problem. Das scheint es gewesen zusammen mit der Verteidigung hier. Muss ich jetzt alles vernichten oder was ist los? Ich weiß es nicht. Ich vergucke noch mal kurz, was passiert, wenn ich hier alles kaputt mache. macht mal alles kaputt. Ich könnte ja mal kurz, falls ich noch irgendwelche nervigen Luftanheiten ankomme. Ja, genau so welche. Bitte kümmert euch nicht um den Panzer. Macht einfach nur die Gebäude kaputt, okay? Können wir uns darauf einigen. Bitte greift nicht mal nur Hydralisten an. Okay, können wir uns darauf einigen? Dankeschön. Wäre ich doch gerne behalten. Oh, das Garten. Ausgezeichnete Arbeit, mein Cerebrat. Die Verteidigungsanlagen des VED liegen in Trümmern. Arcturus, jetzt kannst du deine Welt wieder in Besitz nehmen. Meinen Segen hast du. Tu bloß nicht so eingebildet, Kerrigan. Das war schließlich Teil der Abmachung, oder? Ich habe es mir verdient. Ich bin wieder Imperator der Liga. Und ich werde General Duke losschicken, meine Operationsbasis in August grad einzurichten. Ich hoffe, du machst das Beste aus deiner Herrschaft. Da wollte ich noch was erzählen. Okay, herzlichen Glückwunsch, sie haben gesiegt. Die Mission ist vorbei. Relativ problemlos. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser relativ kurzen Mission und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Mission Nummer 5 der ZERK-Kampagne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.